Hallo und herzlich willkommen im GTA 5 Online Heute spielen wir Last Team Standing RPG vs. Insurgents Wir sind mit 4 Leuten Das ist richtig geil Ich weiß nicht, ob der ganze Röntgen ist Geil Der hat richtig geknallt Oh, das ist nicht so gut. Das ist schon weg. Jetzt ist es selber gekillt, der Assi. Ja, schon mal explodieren. Alter. Ja, der ist auch gekillt worden. Geil. Der holt da irgendwie was. Oder der kommt da an meine Seite. Guck mal, der macht da. Geil, ich schieße da ab, der Assi. Alter, der kommt oben drauf. Weg damit. Der kommt auch oben drauf, oder? Nee, das schafft nicht mehr. Abknallen die Scheiße da. Schon mal da schießen, dahinter schießen. Geil. Oh, fast getroffen. Haha, der ist getot. Viel tot. Noch einer noch. Der wird richtig Spaß machen. Mit Türken, ich meine, schön. Geil. Alter, der brennt richtig. Guck mal, ey. Haha. Wir haben die Runde gewonnen, meine Freunde. Oh, oh, oh. Der hat da richtig gebrannt in der Luft, ey. Hammer, oder? Na, wir haben schön einen Kill gemacht, das ist geil. So, ab in die nächste Runde, Runde 2. Aber ein geiler Kill, ey. Ein geiler Kill. So, jetzt sind wir schon im Wagen. Ich bin gespannt, ob die Pistolen haben. Ich denke nicht, aber mal gucken, ey. So, da sind wir da wieder. Ein geiler Hose. Ich muss mal mal zum Friseur, oder? Sieht aber wohl aus. So, Runde 2. Einsteigen. Komm, einsteigen. 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 Ja. So, da gehen wir vor, dass meine Freunde. Schön oben drauf. Ja, die hat Pistolen, sonst haben sie geschossen. Wir haben Pistolen. So, schnell weg hier. Wir müssen aufpassen, dass unser Auto nicht wo oben bleibt. Sonst nehmen wir unser Auto mit, dann können wir verlieren. Wir haben nicht verloren. Ohohoho. Ich glaube noch richtig einmal. Ja, wir gehen mal schön mal wieder. Wir gehen mal schön wieder oben drauf. Ja, geil. Fast getroffen. Ah, Mann. Da sind sie in zwei übrig. Das ist geil. Oh, was hat denn? Die ganze Ampel da im Arsch. Wir gehen da hoch, weil die sind da irgendwie da. Fast getroffen. Nicht mit dem... Nicht komische Sachen machen. Jetzt sind nur zwei Leute. Da hast du die Chance, um sie abzuknallen. Wenn wir sonst... Mit vielen Leuten da oben am Schießen, gleich weg mit dem Wagen. So. Hey. Heck hier. So, und noch zwei Leute. Wir haben noch vier Minuten. Mal gucken, wie wir noch vor der normalerweise haben. Ah, die hat schon einen neuen Wagen geholt. Ich rummel, keine neuen Wagen. Mit Raketenwohle, aber nicht mit Pistolen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Was macht der da? Ja, 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 ja. Fuck. Ah, fast getroffen, ey. Geil. Ich hab gefühlt, die ganze Latenten sind wieder heil, oder? Weg damit. Dann gehen wir hier oben drauf, meine Freunde. Geil, komm. Ah, fast. Fast getroffen. Egal, wir haben noch dreieinhalb Minuten. Wieder den Ampel da. Weg damit. Da gehen wir wieder hoch. Fast. Fast. Ich will da mal so mal rollen, dass sie kaputtgerollt werden. Wie geht die denn Ampel da? So, da gehen wir wieder. Vollgas, meine Freunde. Fast. 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 Hahaha. Drei Minuten noch. Muss ich ganz schnell sein. Das eine oben drauf, glaube ich. Ja, eine ist kaputt. Geil noch. Noch einer da. Das muss er jetzt schaffen, oder? Komm, wir gehen da mal oben drauf. Komm, komm. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Geil, geil. Weg hier. Geil. Das ist oben drauf. Die muss ich ja kaputt machen. Scheiße. Die machen wir da. So, wieder getroffen. Wir müssen da rücken jetzt drauf. Fuck. Ja, geil. Wir haben gestorben. Hahaha. Der ist gestorben. Geil, oder? Hahaha. Das war richtig geil. Wir haben den Runder gewonnen. Das war richtig geil. Wir haben es schön kaputt gemacht. Ja, schön 17.000 Worts verdient. Fast Aufgabe 94. So, ich hoffe, ihr habt gefallen. War eine richtig geile Runde. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Runde vom GTA V Last Team Stending. Und ja. Bis dann, meine Freunde.